Sparen beim Fahren Der Kraftstoffverbrauch hängt stark vom Fahrverhalten ab. Schalten Autofahrer frühzeitig hoch, geht die Drehzahl des Motors runter, damit senkt der Verbrauch deutlich. Wir haben weitere Tipps zum Spritzsparen. Bis zu 25% können Sie denn den Kraftstoffverbrauch und auch den Ausstoß von Schadstoffen durch Fahrverhalten reduzieren, informiert der TÜV Süd. Fahrer sollten in folgenden Situationen diese Tipps beachten. Beim Heranfahren können Sie das Fahrzeug ohne Gas rollen lassen. Denn so unterbrechen die Einspritzaggregate die Kraftstoffzufuhr. Autofahrer sollten dann erst so spät wie möglich auskuppeln. Wo Sie in Ihrer Nähe günstig tanken können, erfahren Sie hier. Es lohnt sich, rechtzeitig hochzuschalten. Bei modernen Fahrzeugen können Sie laut TÜV Süd im Stadtverkehr den 5. oder 6. Gang wählen. Das Fahren im unteren Drehzahlbereich schadet dem Motor nicht. Durch das Schalten in den nächsthöheren Gang sparen Sie Sprit. Besitzt das Auto keine Start-Stopp-Automatik, lohnt es sich, den Wagen bei mehr als 20 Sekunden Wartezeit abzuschalten. Eine Stunde Leerlauf kostet demnach einen Liter Kraftstoff, erklärt der TÜV Süd. Fahrer sollten zudem darauf achten, was sie in ihrem Wagen transportieren. Denn zusätzliches Gewicht im Fahrzeug steigert den Spritverbrauch. 100 Kilogramm um rund 0,3 Liter. Es lohnt sich also, nach einer Reise oder einem Ausflug den Kofferraum zu entrümpeln. Auch Energiefresser wie Klimaanlage, Sitz- oder Heckscheibenheizung sollten Sie gezielt einsetzen, also nur solange wir unbedingt nötig. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir Ihnen nicht unter allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Wir wollen alle Debatten auf t-online.de schnell und sorgfältig moderieren, und können deswegen aus der Vielzahl unserer Artikel nur einzelne Themen für Leserdebatten gezielt auswählen. Dabei ist uns wichtig, dass sich das Thema für eine konstruktive Debatte eignet und es keine thematischen Doppelungen in den Diskussionen gibt. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Wir freuen uns auf angeregte und kontroverse Diskussionen. Eine Liste der aktuellen Leserdebatten finden Sie auf unserer Übersichtsseite. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren.